Hallo zusammen! Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Ein lebenslang Medikamenten nehmen? Nein, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich bin Heinz Strasser, komme aus Walheim in Oberbayern und bin seit 1978 selbstständig. Aufgrund eigener gesundheitlicher, teils schwierigen Erfahrungen habe ich vor circa zehn Jahren meine Berufung gefunden. Unsere Gesundheit und die Prävention vor schweren Krankheiten. Sehr gerne berate ich Sie persönlich und führe für Sie und kostenlos eine Gefäßmessung der neuesten Art bezüglich Alter und Elastidität Ihrer Arterien durch. Zusätzlich ermitteln wir dabei Ihr persönliches Stresslevel. Weitere Info auf meiner Internetseite www.gesundheitscoach.blog oder Sie kontaktieren mich einfach persönlich. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Bis bald und wünsche einen schönen und erfolgreichen Tag. Ihr Heinz Strasser Bild 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 Untertitelung des ZDF, 2020